Hallihallo und herzlich willkommen zum dritten Part von Let's Play together Leech of Legends. Diesmal mit Hacker im Jungle. Ich versuche jetzt mal seit langem Jungle. Mal schauen, ob es gut geht. Eigentlich wollte... Wo ist der? Der RRO wollte in Jungle, aber er ist noch anfänglich. Er ist glaube ich gleich schnell um 15 oder so. Und deshalb ging ich Jungle, weil er top einfach besser ist. Und ich Jungle halt Grundefahren habe. Mal schauen. Ich fange an mit Red als mittlers. Und gehe dann wahrscheinlich zu den Wölfen oder so. Zu den Dingen direkt. Also, wir sind Violet. Die Dings sind dort, die Geister. Gehe ich zu den Geister, probiere es mal. Wenn ich es schaffe, gehe ich zurück, heile mich, gehe zum Blue. Oder macht direkt mal einen Angriff mit Red. Kommt drauf an. Oh ja. Oh, die haben kein Jungle. Doch, doch. Auch ein Hacker im. Ha! Hacker im gegen Hacker im. Ich hab nen Skin. Ich hab nen Skin. Ich hab nen Skin. Nein. Ich will doch nicht angeben. Mit Angst geht's noch. Ich bin doch ein Netter. Mal schauen. Wie es wird. Ich glaube ich werde ein bisschen invaden. Wir sind den Hacker im Nerven. Kommt drauf an, wie es bei mir geht. Ich müsste wahrscheinlich Level 2 werten, damit ich die E habe. Aber, ja, ich kann das mal versuchen. Ich schau einfach im Spiel, ob jemand dann die Hilfe braucht. Wenn nicht, mache ich Level 2. Und sogar Level 3. Ja. Aber es ist natürlich die gleiche Aufstellung, äh, die gleiche Zauber bei ihm. Und das hat er eigentlich für einen Banner. Das ist irgendwie weihnachtliches Schwert. Sieht so aus wegen den Maschen. Und dem Taider. Und dem Stern. Ich hab nen alten. Der ist alt. Und Moonplayer hat nen Ding. Also Moonplayer, der macht mit von uns. Und eben der Herrero. Das ist ein Kollege von ihm. Von dem. Und der hat keine Verbindung. Was ist los? Fan von mir. Der heißt Fan von mir. Oje. Dieser Namen. Und diese XXX. Das sind nämlich zwei Accounts. Ich glaube die werden trollen. Die meisten trollen, wenn sie mal nicht gut, wenn sie mal im Hauptaccount schlecht sind, dann sind sie hier im Netz mit dem XX sehr schlecht und trollen nimmer. Wenn sie mal richtig die dampfen lassen, macht sie natürlich nicht mit dem Hauptaccount, damit sie nicht gesperrt werden. Aber ich hoffe das Beste. Komm schon. Keine Verbindung. Nerft. Wieso können die kein ausständiges Internet kaufen? Das ist immer das Problem mit dem Ding. Sagen sie Leck, 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 immer Leck. Und 90% ist einfach gelogen. Scheiße. Müssen wir mal warten. Mäh. Aber macht nix. Wir spielen und regen uns nicht auf. Ich glaube das ist der Stab. Ja. Ja. Die Späherlinze brauchen wir nicht. So. Speak. Yes. Please. Warte. Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Das Grab ruft. Puh. Ich habe den Tod überwunden. Neville. Blüe geben. Ah. Cool. Der Schatten nahe. Ob es nur bei. Ist. Und. Gesehen. Ist. Gesehen. Neulich. Danke. Lass mich in die Schlappe. Ob es nicht in die Schlappe. Der Schatten. Auf. Fass mich in die Schlappe. Dann. Be cinq. Die Schatten. Doch. In der Schatten. Die lebenden Werden verblüht Okay, jetzt Wir werden es töten Du, du sprechst, die Redinchen. So. Ähm, schaffe ich die? Ein Beschwörer ist zurück im Spiel. Wahrscheinlich knapp. Genau deshalb wollte ich nicht machen. Der Schatten nahe. Hatte zu viel. Schickt mich in die Klappe. Ruh! Ruh! Nie nachgeben! Ich habe den Tod überwunden. Ja, jetzt doch rettend mitten. Crap. Seid ihr fast kein Laid mitgehabt? Was ich meine, auch im Hüften. Ich weiß nicht, Geist ist nur... bisschen weiß. Geht eigentlich gut sonst. Ja, es ist mein erstes Mal. Ich bin ruhelos. Danke. So. So. Mit schwer. Aber wir können dann Red nehmen. Unbedingt. Ja. So. Wir nehmen unbedingt. Das mal ein bisschen. Lively. Dazu. Ja, nein. Wir müssen hier. Ein bisschen auf. Damage gehen. Ein Gegner wurde getötet. Was ist das? Das ist eine große Zeit. Das ist die Neu. Das ist die Kunst. You. Wir müssen hier alles sein. um Erlösung. Durchbrecht ihre Rindchen. Schickt mich in die Schlappe. Verbündeter wurde getötet. Mist. Ich muss so umhelfen. Der Schatten naht. Krieg wehrt ihn. Ah komm Brügel. Ausred. So. Wir machen am besten hier kurz Red. Hoffentlich kommt der andere nicht. Ich habe den Tod überwunden. Nie nachgeben. Und jetzt machen wir weiter hier. Ich bin ruhelos. Ich bin ruhelos. Die lebenden Werken erfallen. Ein Verbündeter wurde getötet. So. Ach Mist. Dieser Hecrowing ist gut. Ich habe den Tod überwunden. 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 Good job. Spam? Spam skills? Spam skills. Spam skills. Ich glaube, man braucht kein Jungle-Item mehr. So, und jetzt schauen wir uns, was kann ein Bot eigentlich? Ja, weil sie zu dumm ist. Hey, das ist Catelyn. Die kann auch mal ein bisschen... Ja, Fail-Rune. Spiel doch mal besser. Also, vergiss doch nicht die Runen. Immer diese... Oh, immer mindestens einer hat irgendwelchen Fail. Oder rastet aus wegen dem oder irgendwas. Wie hat das gemacht? Nein, das ist so, dass man sich vorab während des Niedens einhör. Und es wird doch einfach nur ein Medikamente dafür nicht geholfen. Die Leben werden in dem Tod. Und das ist so, dass wir uns 안녕 sich nicht. Das ist noch weh Ich weiß nicht Shit Ja Ja Puh 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 Was los? Nein Nein Oh man, geh doch def Geh vom Turm weg nach hinten Ich bin ruhelos Oh je, oh je Oh je, oh je Johnny dein Game verlieren Die können wir eigentlich schon zum Mittelsmog Und dann lebe ich beim Blue Dann Ja, ich komm direkt Ihre Seelen witten um Erlösung Das Grab ruft Ja Du bist im Tor Du bist im Tor Ja 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 Ah, Mist Mach doch irgendwas was, Catelyn Tynx Cate Catelyn Oh je, oh mein Gott Ah Schmeisst alle Fähigkeiten raus Greift nicht an Ja Toll Und sie fokussieren natürlich mich Weil sie natürlich nichts kann Nicht die Gegner näher kommt Damit sie ein bisschen decken kann Nichts Nicht mehr decken konnte sie Zittern Wart Ewig Ja, gut Das Grab ruft Das Grab ruft Hehehehe AHHHHH Hehehe Old Sperma So, jetzt machen wir mal auf Damage. Wir machen hier zuerst. Das ist wichtiger. Die Penetration. Äh, den Penetration-Bogen. Letzter Atemzug. Auch. Auch. Der Schattenknaht. Auslitt. Ihre Seelen bitten um Erlösung. So, den hab ich ihr geschenkt. Aber ich war fast ein bisschen zu starr. Ich habe den Tod überwunden. Es ist jetzt schon wieder nicht da. Muss ich wirklich mal ihn warten. Ich bin ruhelos. Der ist weg. Der Schattenknaht. Ich habe den Tod überwunden. Der Schattenknaht. Ich habe den Tod. Der Schattenknaht. Ich habe den Tod. Die Karte. Ich habe den Tod. Ich habe den Tod. Ich habe den Tod. Ich habe den Tod. Das ist ein Gegner. Ein Gegner wurde getötet. Oh. Tefe damage. Ich bin ruhelos. Also gehe ich mal zum Red. Schickt mich in die Flach. Ich gehe mal zuerst hoch. Ihre Seelen bitten um Ernöse. Du! 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 Auf difficulte. Sehr schön. Haha. Ein Gegner wurde getötet. Die Schatten nahe. Ausritt. Oh, dumme Kuh. Die ist wirklich zu dumm, um zu checken, dass man zurückgeht, wenn man angegriffen hat. Oh mein Gott. So, viel zu gut. Berserker. Ja, toll. Viel zu dumm. No Teamplay. Please more. Mich verfolgen natürlich alle, aber die sind nirgends da. Das ist so etwas von dumm. Uns Ding soll nicht so viel ruschen. Bitte nicht so viel ruschen. Oh mein Gott, das ist zwar so dumm. Von Catelyn und von Ding. Lasst sie töten. Ich helf denen. Und das bekomme ich alle vier Gegner in den Hals. Okay, ich... Okay, ich mach ein Ding. Okay, ich mach ein Ding. Oh mein Gott. 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 Ich schau dir. Oh mein Gott. Wie schau dir. Na. Ihr Nudeln. Wo geht die Schäße? Ich habe den Tod überwunden. Boah, das ist einfach so tanky. Best Teamwork. Best Teamwork. Bis die wieder mal kommt. Ich bin schon lange tot. Das sind wieder das typische Anfängerfehler. Man sagt einem, ja, ja, die machen es schon alleine und machen Dinge weg. Ich habe den Tod überwunden. 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 den Tod überwunden. Ich habe den Tod überwunden. Ich habe den Tod zur zweiten Durchwunden. Wir holen noch ein paar Sachen. Und der Bot hat wieder Probleme. Oh je. Was will ich mit dem kritischen Trefferzeugs? Ich nehme mal, ich nehme mal hier dieses Zeugs. Er hat ein grosses Schwert. Was hat der für Tank-Items? Aha, der hat Merkurschuhe und Brutalisierung. Mist, Mist. Was macht ihr da oben? Ein Verbündeter wurde getötet. Ein Verbündeter wurde getötet. Krieg wird in die... Komm, Ruhe. Ich habe den Tod überwunden. Okay. Schickt mich in die Schlappe. ... ... ... ... ... Ach Mist, die machen mal wieder gar nix! Oh shit, ey. So ein Schrott, was die produzieren. Hilf-Bot. Ich bin ruhelos. So. Ein Verbündeter wurde getrunken. Bot helfen. Sehr. Auslädt. Sonst verlieren wir. Schickt mich in die Klappe. Der Schatten naht. Ein Gegner wurde getötet. Ich habe den Tod überrascht. Ich rutsche mal top. Ah ja, Blut-Teste wollte ich ja machen. Stimmt. Ich bin in den Bitten unermüdlich. So. Jetzt rutschen wir durch. Wir haben keine Chance mehr. Sonst haben wir auch. Wir haben einfach mal. Ah, ist ein Eevee, der gefeedet wurde. Nicht mal. Wir haben ja nicht mal gefeedet. Ich glaube, es war trotzdem schon ein bisschen stark. Wahrscheinlich macht er alles auf Angriff. Ah ah. Schon eigentlich, ja. Ich bin ruhelos. Kriegfertigen. Ja. Ja. Das ist eine große Herausforderung. Der wurde schon zu stark gefeadert. Gut schubft, thanks. Oh nein, oh nein, oh nein. Aber sie haben eine relativ gute Chance. Oh nein, der ist zu stark. So, jetzt Blutdöste. Wo bringt es das noch? Ihr seid so Nudeln. Irgendwie ist Bot irgendwie viel zu blöd. Schickt mich in die Schlamm. So, dass er nicht mitkommt. Ich habe den Tod überwunden. Ich bin ruhelos. Ja, bleibt gut. Sehr schön. Läuft da. Ich habe mich aufzuhalten. Bitte zum Erlösen. Natürlich Hacker ihm. Der, der... Der bekommt eigentlich alle Kills vom technischen Team. Der wurde so extrem gefeadert. Der hat so ein ganz komisches Ding. Items. Die gar nicht zur Hackerin passen. Vor allem nicht brutalisieren. Oder würde der den auch upgraden, ja? Ah, hat schon upgraden. Ja, Geyserklinge. Ganz klar. Oh, je. Oh, sehr frech. Schickt mich in die Schlamm. Da mache ich die Blu. Ah, Caitlyn, feed doch nicht immer so. Geht doch ihn. Fast wäre ich noch gestorben. Fast noch gestorben, weil du ihn nicht gekillt hast. Ja, der ist auch mal tot. Der ist so ein Schlingel. Der holt einfach all diese Dinge von den Gängen, die vorliegen. Und der ist mega tanky gemacht. Der Errorum macht irgendwie gar nichts mehr top. Aber gut, dass wir so vorne liegen. Egal, egal ob Hackerin stark ist oder nicht. Jetzt kommt sicher wieder das komische Wind-Type. Ja, die haben keine Ahnung. Vor allem Caitlyn hat null Ahnung von diesem Game. Ich habe den Tod überwunden. Ich habe den Tod, also mal ganz klar. Ja, ich habe den Tod. Oh my god! Shit! Oh my god, Catelyn. Catelyn. Oh god. Five enemies. Go not so often attack. Ich würde ja gerne ein bisschen mehr machen, aber wenn diese Catelyn... Ich muss helfen. I help so not more. Alle gehen Catelyn hinterher, weil die so dumm und blöd ist. Das ist schlimm. Und der Hacker bekommt immer die Kills. Ach, sie ist jetzt mal abartig blöd. So was weiß ich. Aber eben... Und jetzt ist sie schon wieder gestorben. Oh je. Terminiert. Ein Gegner wird zum Berserker. Ein Verbündeter wird getötet. Hab ja gesagt, die machen Team. Lass das! Auslädt! Ah! Ah! Ihre Seelen bitten um Erlösung! Ah! 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 Oh mein Gott, die macht wieder gar nichts! Die macht wieder gar nichts! Bad! 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 Oh Gott! Ferguson! Altieren. Wie fragt das auch Sie! Der Gegner hat einen Turm zerstört. When will ich das? Maßen zum Du bist Bo... äh, doch Tank. Nein, Dschungler ist kein Tank. Wird... wird halt gerne Tank gespielt, aber da du schon Shen hast... Habe ich natürlich AD genommen. Ja okay, er ist halt noch Anfänger, aber... Das ist doch ganz klasse. Klar, man braucht nur einen Tank. Sonst ist man einfach zu defensiv. So, ich mach mal weniger Feed. Okay, ich bin nicht der beste Feeder. Sie haben den Tod überwunden. Die gehen halt alle auf mich. Kann ich ja nicht so viel, dass ich den Stack... Also nicht am meisten Case habe, aber halt der am meisten nervt. Ihre Seelen bitten um Erlösung. Wieso kommt ihr nicht? Schaut auf Karte, please. Ich kann... Ich kann die Profi-Technik nicht machen, wenn... ...no TM-Play und so Passive-Play. Geh du vorne... Wieso ich? Ich wechsle den Build sicher jetzt nicht mehr. Ein Off-Tank? Kannst du ja sein. Das Grab ruft. L-L ist Off-Tank. Versteht ihr wirklich gar nichts mehr? So lache ich dich nur aus Surrey. Auch wenn neu. W-Tank. 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 G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G G-G-G- Kommt! Gut. Oh, den habe ich nicht gesehen, weil der gar nicht unsichtbar war auf der Kart. Und der ist auch weg. Shit. Aber gut läuft das Spiel trotzdem nicht. Auch wenn wir fahren müssen, sind wir wahnsinnig. So, jetzt hinten. Weg, weg, weg. Die kommen alle. Weg. Angriff konzentrieren. Die hören wieder gar nichts. Können die kein bisschen Deutsch verstehen. Das ist doch ganz einfach. Ja, so. Toll. Oh. Oh. Nein, nein, nicht ganz. Auslitt. Hm. Ihre Seelen bitten um Erlösung. Okay. Scheiße, die sind alle da. Oh. Herr... Na toll. Kommste nicht. So. Wir nehmen... Wissen... Das? Oder? Wir nehmen... Ähm... Das. Ähm... Wir... Müssen... Druck machen. Alle... Party... Attack. Fakt. Oh, Gott. Niemand hier. Der soll reinkommen. Oder... SRS. Nie net kaufen. Ist ja da. Ich habe den Tod überwunden. Oh, ihr seid so Nudeln. Die ganze Zeit fahrt ihr rein. Das ist jetzt wieder mit der Partyplay. Oh, dieses Spiel. Irgendwie kann keiner miteinander spielen. Das Grab ruft. So, wir nehmen Red. Die haben keine Chance. So, ich gehe angreifen. So. 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 Den helfen. Gut. Oh, sind die... ...ist die stark. Was? Du... ...hast ja... ...die geholt. Ich lade es hoch, um zu... ...zeigen, wie du dumm... ...spielst. So. Ich werde dich einfach mal ein bisschen runter machen. Bist du selbst schuld, so zu spielen. Nicht mal tanken kannst du. Nichts kannst du. Gar nichts. Nicht mal warnen, dass alle hinter dir her sind kannst du. Warne das nächste Mal. Ich sah einen, nicht fünf. Und... ...K... ...soll... ...auch... ...was... ...sagen. Klar, es ist ein LP und... Kein... ...ich schneide meine... ...meine Parts... ...zurecht. Da... ...gehören Niederlagen... ...dazu. Das Grab ruft. Das Grab ruft. Spiel... ...spiel doch Defensive, wenn du immer so blöd... ...so... ...so... ...schlimmes. Ich bin ruhelos. Ich bin nun mal der Pusher. Aber der kennt nicht mal was das ist wahrscheinlich. Die greifen schon mit Zutritt an. Katelyn, ich... Please report Katelyn for no party play. Oh, Shen. Niemand hilft mir. Okay, jetzt war ich ein bisschen plötzlich, aber trotzdem. Kommt mal ein bisschen zu mir. Man kann beides sagen. Nicht wahr? Schick mich in die Nacht. Meinst du, ich kenne mich nicht aus? Oh, sie ist jetzt wieder mit Shen. Shen, komm. Ihre Seelen bitten um Erlösung. Was ist denn los und wo ist dieser K... äh... Ding? Ist die AFK? Kommt eigentlich. Das Grat ruft. Es ist wirklich zum Mace-Making. Wenn man so nicht auf die Party denken. Aufhören kann. Die machen einfach irgendwas. Ja. Sehr schön. Ich habe den Tod überwunden. Und ich habe plötzlich wieder viel Leben dank der Nidali. Die lebenden werden... Zumacht. Ich bin lies. Gut Schöp. So ist gut. Er hat immer von mir Angst. Er hat immer von mir Angst. Immer von mir Angst. Shit. GGWP. Dankeschön fürs Zuschauen. Und ja, auch wenn es ein bisschen komisch war, er hat halt ein bisschen einfach seine eigene Fantasie. Es ist ganz klar, ich helfe ihm die ganze Zeit. Aber er hat eine dumme Schnauze, weil ich halt sterbe, wenn er mit 5 hinter mir hin abhaut. Er soll ein bisschen defensiver spielen. Er ist Tank. Er muss Partyplay machen. Und das nächste Mal in den Duden von LOL schauen, was denn überhaupt ein Jungler ist. Und was ein Off-Tank ist. Und wie so ein Off-Tank auch auf LL geht, also Live-Lead. Aber sonst, gut, wenigstens einmal gewonnen. Es ist schwer mit solchen, ja nicht ganz so Allwissenden zu spielen. Und ich habe ja all die Taktik, die sehr auf das Partyplay und das Mitmachen basiert. Wenn ich dann sehe, ich greife ihn an, es ist leicht, kommen drei und niemand ist bei mir. Dann kann ich ja nichts dafür, dass ich dann verliere. Ich kann nichts dafür. Und, ah, ich soll mehr Tank machen. Da kann ich ja gar nichts mehr überleben. Ich muss Schaden machen als Hacker. Er ist schnell, er ist stark und er hat gute Fähigkeiten. Und das macht als sehr offensiv einfach am meisten Sinn. Da hat man gesehen beim anderen, er hat zwar viel geschafft, viel gekillt, aber er hat nur die Kills geholt, die vorgelegt waren. Also die kaputten, eigentlich die kaputten Gegner zerstört, fertig und ja. Tja. LOL ist halt ein Spiel, das läuft echt immer und so wie der ausgerastet ist. Ich verstehe ihn nicht. Abkommen. Ja. Ecker. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und danke schön fürs Zuschauen.